So, wie direkt versprochen geht es direkt weiter. Wir haben keinen Klick gemacht, wir haben gar nichts gemacht. Wir gehen direkt zur Umbra. Aurora, das verbrannte Kind. Seit langem teilen wir dieses Schicksal du und ich. Verstoßen wurden wir, wandeln unter Gemeinden und Schwachen. Weshalb deine törichte Mutter Lemuria verließ, frage ich mich. Mörder. Ha, die größte Zivilisation sind wir. Wir sind Stammab von Sibyl dem Weisen. Du bist Ehren des Eroberts Kind. Wir Entdecker erbten die Welt, lass sie uns preisen. Prinzessin, willkommen daheim, Erbe auf dem Thron. Prinzessin, Unsinn, ich bin nur Aurora, lasst euren Hohn. Der Stein ist hier zu Staub zerfallen. Verweist die alten Hallen. Was einstmals war, ist lange tot. Das Land ist tief gefallen. Die Lemurianer erleben noch, trotz all ihrer Mühen. Bist du erst fort, bauen wir es neu auf und lassen es erblühen. Überlassen willst du es, dieses Land, dem gemeinen Pöbel? Wir kämpfen hier Hand in Hand und gegen der Bürger übel. Sie hat recht, das ist größer. Als meine Familie, ich oder sie. Erheben will ich mein Schwert für die Populi. Für die Kategida. Für die Aero-Stati-Dicapili. Für Jans-Lemuria. Gemeinsam kämpfen wir. Haha. Ich vollbringe, was Mutter nicht gelang. Und beende eure Heressie. Dieses Land ist mir untertan. Freiheit gewähre ich ihm nie. Komm her. In Austria gingst du mir. Doch jetzt wird das letzte von Erin fallen. Also wenn du nicht das tiefste Dunkel von Dunkel-Deutschland bist, dann weiß ich nicht. Auf geht's in den Final-Kampf. Und du bringst natürlich deine Freunde mit. War klar. So Finn. Äh. Aurora muss her. Weil Aurora hat nämlich das super krasse Sternenlicht. Äh. 10%. Deswegen. So. Verspottung. Genau. Der Tank muss tanken. Jetzt konnte ich natürlich jetzt auf die Schnelle keine Skills mehr verteilen. Das ist blöd. Okay. Gegenschlag. Okay. Sammelkraft. Ich glaube unterbrechen kann ich vergessen. Scharfe Krallen. Okay. Weil nämlich. Ich werde heilen. Ja. Ich mache immer das kleine. Weil das macht mehr Schaden. Das macht definitiv mehr Schaden. So. Rüstung der Titanen. Und ja. Ich habe diese 10% Chance. Wobei. So viel weniger Schaden ist das nicht. Dann werde ich das. Werde ich das doch dafür nutzen. Oh. Oh. Warum machen die AOE Schaden? Ich will das nicht. Das ist nicht cool. Lichtstrahl. Du nimmst einen Trank. Weil das ist besser als heilen. Okay. Aber dann könnte ich ja eigentlich auch. Ja gut. Das macht nur 30 weniger Schaden. Wenn man aber bedenkt. Dass du dann. Okay. Du kannst jetzt nicht mit. Aber wenn man bedenkt. Dass ich dann die 10% Heal. 10% Chance auf. Dings habe. Hältst du noch eine Runde aus? Doch. Wenn ich dich noch ein bisschen heile. Weil ich müsste Verspotten nochmal machen. Ich glaube nämlich nicht. Dass du. Dass du. Dass du. Dass das noch hält. Oh. Scheiße. Oh. Mist. Okay. Okay. Rubella. Nein. 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 Ach. Scheiße. Habe ich jetzt. Oh nein. Oh. Jetzt habe ich es versaut. Okay. Ich werde wahrscheinlich definitiv den Kampf nochmal neu machen müssen. Weil ich nämlich jetzt gerade. So sehr versaut habe. Dass ich. Ja. Ich habe den Fehler gemacht. Scheiße. Äh. Hier muss nämlich Rubella hin. Und zwar jetzt wieder beleben. Scheiße. Na egal. 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 Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ne. Wir kriegen das irgendwie hin. Und nunfalls muss ich den Kampf einfach nochmal machen. Das ist jetzt. Dichte Schuppendieb. Okay. Die bufft sich jetzt nur die ganze Zeit. Ich mache mal eine. Heilung. Warte mal. Wer ist denn hier dran? Welcher Vogel? Der Vogel. Egal. Das reicht. Das. Das wird schon passen. So. Spotten. Eine Heilung für alle. Genau. Jetzt kann ich mich auch wieder. Gepanzert. Das Problem ist. Sie macht keinen Schaden. Rubella macht keinen Schaden. Aurora macht den Schaden. Ja. Sie kann auch heilen. Sie sollte sich erstmal. Ah. Ne. Sie sollte sich selber heilen. Weil nämlich. So. Okay. Der heilt sich. Kann er sich selber heilen? Ne. Gut. Okay. Wir nehmen. Erst mal. Heiltonikum. Wir wollen ja nicht sterben. Sterben ist nämlich nicht so geil. Hab ich gehört. Okay. Der ist gepanzert. Der ist gepanzert. So. Lichtstrahl. Das Ding muss doch jetzt endlich mal down gehen. Also. Je weniger wir haben. Desto besser. Hältst du noch eine Runde aus? Weiß ich nicht. Ne. Ich nehme lieber noch einen Trank. Okay. Du hältst auf keinen Fall noch eine Runde aus. Oh shit. Äh. 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 Nee. Ich gebe dem ein starkes Heiltonikum. Dann ist der wieder oben auf. Ich heile sie. Du machst. Du gibst dir jetzt selber ein starkes Zauber. Weil du musst ja auch irgendwie wieder den Spott und so bringen. Wir heilen mal ein bisschen mit. Holen uns hier die Wünsche. Machen jetzt nochmal Schaden. Warum wird sie immer zur Rücke? Okay. Jetzt muss ich hier mal spotten wieder. Sonst passt das nicht. Sie macht den Lichtstrahl. Ah nein. Egal. Passt schon. Komm jetzt stirb mal endlich. Du blöde Eule. Jetzt kontert sie. Magischer Angriff auf einmal. Ah. Ist das nervig. Äh. Heiltonikum. 50% reichen erstmal. Hat ja noch einiges. Ich muss lieber die Magie hierfür benutzen. Ach komm. Das ist. Ich muss das. Ich muss das. Ich muss ja einen wenigstens mal down kriegen. Dichtige Schuppen. Das ist. Es ist egal. Rüstung kannst du machen wie du lustig bist. Jetzt machst du Rüstung der Titanen. Es ist doof, dass es immer sehr sehr lang ist. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Starkes Heiltonikum. Oh nein. Äh. Du machst erstmal starkes. Oh ja. Das kann ich gleich eigentlich auch mal machen. So. Dann wirfst du ein starkes Heiltonikum auf sie. Und dann hoffentlich. Kann ich jetzt. Ja genau. Verteidige. Verteidige dich erstmal. Nicht sie. So was haben wir hier. Magie Resistenz. Okay. Unaufhaltsam. Genau das machen wir. So sind wir erstmal unaufhaltsam. Sehr gut. Das heißt wir können hier nicht. Wir müssen nochmal verspotten. Jetzt kriegt die nämlich weiter. Jetzt kriegt die nämlich Aurora Schaden. Und das wollen wir nicht. Moment. Ich dachte du bist unaufhaltsam. Das ist ja mal ne Kiki. Ach komm schon. Jetzt stirbt doch endlich. Stopp doch endlich mal. Hey. Da muss doch jetzt endlich mal down gehen. Der. Gut unterbrochen. Aber. Du bist nicht mal. Du senkst nicht mal den Kopf. Das könnte ein extrem langer Kampf werden. Und es wäre wesentlich einfacher gewesen. Wenn ich. Körperlichen Schaden. Erhöht den Schaden. Hm. Ja das könnte ich mal bringen. Ich mach immer schneller. Sammel du meinetwegen. Kraft ist mir egal. So. Du wirfst dir jetzt einen starken Zaubertrank. Dann mach ich das halt über. Mach ich das halt über. Dings. Ist mir auch egal. Über Tränke. So. Starker Zaubertrank. Oh. Ich muss nicht aufpassen. Ich hab nicht mehr. Nicht mehr so viele Tränke. Ähm. Du machst dir selber die Rüstung der Titanen. Ja der Drachen schreit auf dich mir nämlich. Diese Scheiß. Ach. Das gibt's doch nicht. Ah. Jetzt aber. Du hast doch diese. Diese verschissene. Unterbrechung gehabt. Oder? Ja. Du kannst nicht unterbrochen werden. Ist mir egal. Gott. Wie wenig hält das denn? Das ist ja mal lame. Oh oh. Verspotten hält nicht mehr. Wieso hält Verspotten nicht mehr? Verspotte die Gegner. Bitte. Wir müssen verspotten. Ich weiß jetzt nur nicht wie lange das hier noch. Äh. Äh. Boah. Wenn ich jetzt schon. Wenn ich jetzt schon 13 Minuten lang. An dem. An einer Eule kämpfe. Wie lange soll das denn jetzt erst werden? Ach komm. Ich mach das hier. Heiltonikum. Heiltonikum. Oder? Äh. Doch. 50% reicht. Äh. Das gibt's doch nicht. Der muss doch. Der eine muss doch mindestens. Und er kontert magische Angriffe. Das kann doch nicht wahr sein. Igniculus. Du bist nutzlos hier. Ach. Ich wechsle mal. Ich geh mal auf Robert. Der macht doch. Der macht doch jetzt Lichtschaden. Mach mal bitte. Bitte. Wenigstens ein bisschen Schaden. Ja. Oh ja. Oh. Er macht wesentlich mehr Schaden. Sehr gut. Äh. Ne. Du nimmst dir noch einen Trank mit 50%. Oh. Warum hab ich den nicht direkt genommen. Ey. Außerdem ist Robert ein bisschen schneller. Außerdem muss ich jetzt mal hier ein bisschen spotten wieder. Das ist ein, das ist ein langer, langer, sehr ausgiebiger Kampf. Aber ich hoffe es lohnt sich. Ich hoffe es lohnt sich. Ich hoffe danach ist nämlich das Spiel endlich vorbei. Äh. Du musst dir erstmal einen Trank schmeißen. Weil sonst gehst du nämlich down. Und Robert macht jetzt hoffentlich ein bisschen Sche... Ach. Okay. Der Vogel senkt auf jeden Fall schon mal den Kopf. Ach. Komm senkt den Scheißkopf. Mach ihn kaputt. Robert. Mach ihn kaputt. Mach ihn doch bitte kaputt. Verspotten. Er muss nämlich wieder den Damage fressen. Genau. Oh. Ich kann mal ein bisschen heilen. Das kann ich machen. Ja. Ich hoffe jetzt. Ja. Ist egal. Mach ihn kaputt. Jawohl. Der erste ist down. Halleluja. Okay. So. Du wirfst dir selber nochmal einen kleinen. Ich heil dich. Und Robert kümmert sich jetzt um die andere Eule. Ja. Man kann auch ein Spiel durchschaffen ohne den Hauptprotagonisten im Links zu haben. Das geht auch. Soll schon vorgekommen sein. Rüstung der Titanen. Und du. Kann ich hier nicht irgendwie so ein... Doppeltreffer? Nee. Nee. Ich mach... Ich mach Standardangriffe. Wir wollen nicht zu viel machen. Ah. Unterbrochen. Sehr gut. Gut. Oh. Der Robert, ey. Sehr schön. Ja. Unaufhaltsam. Scheißegal. Unaufsaltsam kannst du sein. So viel du möchtest. Hauptsache der Robert, der gibt der. Äh. Du könntest jetzt eigentlich auch mal mit dem Katechetenschlag ausprobieren. Der Katechetenschlag, der macht ja noch mehr als der Robert. Was ist denn hier los? Hätte ich das gewusst? Jawoll. Ey. Das geht. Da geht was. Da geht auf jeden Fall was. Gib der Alten. Gib ihr. 300 kritischer Treffer. Okay. Das ist jetzt nicht viel. Aber. So kann ich auf jeden Fall was regeln. So. Du spottest jetzt nämlich mal. Geht nämlich jetzt gerade mal nicht. Deswegen. Kriegst du nochmal deine Magie wieder. Dann spottest du. Ey. Guck mal ey. Wie die kassiert. Nein. Oh. Ich hätte noch ein bisschen drücken sollen. Aber mir ging auch die Magie aus. Macht nichts. Macht gar nichts. So. Jetzt spottest du nämlich nochmal. Ach. Mit einem. Jetzt. Umbra. Wenn du jetzt nicht noch irgendwie. Die krassen Mechanics drauf hast. Wobei die ist noch gepanzert. Komm. Kannst du mir noch. Kannst du mir nochmal katechierten Schlag geben. Zack. Unterbrochen. Oh oh. Oh oh. Konter der Unterbrechung. Mag das nicht. Dass du die. Dass du sowas wie Unterbrechung. Okay. Okay das. Oh 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 oh. Ich sollte vielleicht nochmal. Äh. Mir die Rüstung reinziehen. Also gern ich dich habe. Wenn du mir down gehst. Habe ich nicht viel von dir. Habe ich nicht viel von dir. Ich könnte jetzt natürlich auch noch. Nein nein nein. Ich wollte jetzt. Ich habe jetzt noch ganz kurz überlegt. Ob ich Aurora. Nehme. Um nochmal mehr Lichtschaden zu machen. Ähm. Bringt aber nichts. So. Katechierten Schlag für den Endsieg. Zack. Ja sie sie kriegt halt nicht viel. Sie kassiert. Oh nein. Wollen wir mal. Sie kann nicht unterbrochen werden. Ja richtig. Weil. Das ist ja eigentlich total dämlich. Sie. Sie hat sich selber gebufft. dass sie nicht unterbrochen werden kann. Kontert aber unter Unterbrechungsdinger. Das ist doch. Also da wo ich herkomme ist das kontraproduktiv. Ja. Komm mal. Easy. Wenn das ist alles. Also wenn das alles ist was sie macht. Dichte Schuppen. Also da war ja echt der. Der schwerste. Teil an dem ganzen Kampf. Zu schauen. Dass sie. Dass sie nicht Dings. Dass sie. Dass man die kleinen Viecher wegkriegt. Ja du magst ja gepanzert. Oh oh. Da bist du aber zurückgeschleudert. Und sie kontert Unterbrechung. Das hätte ich vielleicht ein bisschen. Aber ich meine. Oh okay. Wieder. Nein. Sie macht jetzt. Keine Eule. Keine scheiß Eule. Ich hasse diese Eulen. Starker Zaubertrank. Nein. Ich habe keinen starken Zaubertrank mehr. Okay. Dann müssen wir die Eule mal. Wobei sie. Lässt den Kopf schon hängen. Nein. Wir wollen die Eule. Wir wollen die Eule weg haben. Wir wollen definitiv die Eule weg haben. Und die hat nur 800 Leben. Das ist nicht viel. Er spottet jetzt nochmal. Weil wir wollen ja. Und du machst die Eule kaputt. Gut. Das schaffen wir. Wir schaffen diesen Kampf. Wird zwar dauern. Aber hoffentlich nicht ewig. Können wir eigentlich pausen. Wir können pausieren. Okay. Ich weiß noch nicht. Doch wisst ihr was? Wir pausieren. Das ist jetzt super gemeint. Aber wir pausieren jetzt einfach mal. Der zweite Teil. Wir werden das komische Vieh kriegen. Wir werden es kriegen. Macht. Ach wisst ihr was? Ich mache einfach drei Folgen hintereinander. Die vier Freunde werden jetzt leider ein bisschen zurückschalten müssen. Aber der Kampf der ist heroisch. Und deswegen wollen wir den direkt gleich wieder sehen. Und in dem Fall habe die Ehre.